annehmen wir mal oh der zeigt euch auch noch aktiv sachen sammeln so dann bauen wir mal hier weiter oh ist ganz schön groß wir müssen uns bald ein bisschen vergrößern noch kann ich das drehen ich glaube wir fahr wir breiten uns hier mal ein bisschen raus oh ich falle mich mal dahin oh mein pall ist doch da möwe wir haben kein anker wo war das denn scheiße mir fehlt seil und stein wir treiben ja richtig weg ich komme nicht wir kommen nicht zum insel ich brauche eine planke dann kann ich den anker bauen ja aber ohne paddel bringt uns das jetzt auch nix kann es auch trotzdem dann brauche ich jetzt erst durch erstmal ein paddel bauen ja da kommt der hier ist gegen die strömung wieder ist da hinten kommen da hinten richtung hier unsere stelle und da so das fand immer dort hin ist ich habe ich auch nicht mehr probel scheuche hält sie mir von deinen anbauflächen fern wozu brauchen wir denn bett lässt dich die nacht durchschlafen kann verwenden werden und bewegungsunfähige freunde wieder zu beleben auch das wiederbeleben im bett sorgt für mehr bist du rüber und lootest ich halte es loswärts es dann hier ja 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 oh das connecten irgendwie ich sammle gerade irgendwas es geht jetzt runter connecten ich glaube wir hätten es connecten müssen irgendwie keine ahnung kannst du es auch nicht sagen ne leider nicht ich habe irgendwas bekommen rezept früchte kompott sehr gut ich komme jetzt mal ob es anbohren nachforschen geht nicht ähm was habe ich denn hier in der tal kletterpflanzen glibber oh früchte kompott einmal ananas mango melone und raum noise ohne sind ich habe jetzt keine ahnung echt so ein holzmangel am geilsten wäre wirklich eine insel wenn man da irgendwie holz hacken kann kann ich es ernten klanker und seil scheiße müssen angehen für uns bauen weil irgendwie treiben wir in die falsche richtung da kommt nichts an bei uns so aus hier so so oh halt komm wieder was soll das hört die Sachen hier haben he 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 nein sie beetzt hier alles aufgefischt hier oh der beißt mich wieder na zu recht oh ok so wenn sie denn mal unsere rüben hier fertig und warum kann man im kleinen beet mehr anbauen als in dem großen vielleicht bekommen wir beim großen mehr raus ja kann sein das kann natürlich gut sein lange rote seil mhm oh batman gesundheit geht down oh mein gott ja simpel katte dich und nicht mich ja ich komm nicht hoch doch mhm ja ja das war noch drei seine ich mache gegen ja ich mache gegen ja mhm koppelwurf drei Sachen oh verkackt mal mit das ist erde im schuh ja hier wo sich ich ihn platziert habe ach so da können vielleicht auch so eine kartoffel reinstecken oder so im mini beet Schwein. Baum. Shit. Hunger, hunger, hunger. Oh, wir können ernten. Nice. Zwei Kartoffeln. Okay, verdoppelt sich halt. Ah, das ist jetzt nichts. Ich brauche Holz und... Seine. Ja. Da ist eine Insel... Kannst du da hin paddeln? Oder gegen Widerströmung? Warte, ich bin hier grad... Irgendwie... Wo denn? Da, ja. Paddhaus. Ja, kommen wir gut hin, oder? Haben wir ne Anker? Du? Hast du nicht hergestellt? Nö. Du? Nee. Dann paddel du mal weiter. Warte, warte, warte. Die werden fischen grad gleich. Hm. Okay. So, wo war der... Hofanker da? Jo, hab ein. Okay, äh... Du musst mal paddeln da. Oh, da können wir sogar hin hochkommen. Oh, die Möwe. Verdammte Möwe. Jo, wir holen uns richtig schön ran. Wird da schon hochkommen? Jo. Jo. So, wie geht das mit dem Anker? Einfach, äh, auf Boot platzieren. Erst in der Ecke. Und dann raussurfen. Schnell, schnell, schnell. Drehen, drehen. Ah, ja. Pick up. Ist du jetzt draußen? Nee, nee, jetzt. Pick up. Jetzt rauswerfen. Gedrückt halten, rauswerfen. Ja, perfekt. Ähm, ich hab aber Hunger. Oh. Scheiße. Oh ja, ich auch. Oh Gott, ich sterbe. Ja, von paddeln. Äh, echt. Du musst auch immer Holz nachschieben, ne? Ja, ich hab kein Holz grad gehabt. Ich hab gar keinen. Gar keine Planken mehr. Hast du noch die Angel? Angel mal weiter. Ja. Okay. Boah, jetzt hab ich die Kartoffel gegessen. Hab ich gehört. So. So. Dann kann ich platzieren. Ach, schöne Blumen gibt's hier. Ehrlich. Ehrlich. Steinaxt. Oh. Oh, nicht wieder die Mühe. Okay, cool. Bäume kann man wohl jetzt abhacken. Hast du einen Steinaxt? Ja. Nice. Das ist hier oben. Also sie sind Fahnen am Ufer leider nicht. Planke und Seil. Toll. Der Hai ist an. Ja, ich hab den. Mitgemacht. Palmsamen. Vielleicht können wir eine Palme pflanzen auf dem Boot. Witzig. Äh, das passt hier nicht hin. Ich habe. Oh, Lachs. Man braucht ein großes Feuer, um dieses Ding zu kochen. Der ist viel zu groß. Passt nicht rein. Geil. Also Insel lohnt sich richtig. Ich weiß zwar nicht, was wir mit den Blumen machen sollen, aber... Ananas. Heißt Kokosnuss. Hier eine ausgebeutete Insel. Oh, ne Waschmaschine steht hier. Ich hab keine Planken. Mann. Was muss ich denn tun? Mirre. Oh. Ja. Okay. Hast du da alles aufgesammelt? Ich glaube ja. Roter Samenfüge Wasser entzogen, um eine Blume zu erhalten. Die Frage ist wofür. Halmsamen. Halmbaum zu erhalten. Eine große Anbaufläche brauchen wir. Die Wasser haben. Jo. Äh, machen wir auch Holz hier reinplanken, wenn du hast. Damit wir hier Essen kriegen können. So. Nice. Jo, dann abhauen, oder? Jo, wahrscheinlich. Willst du ein bisschen vergrößern? Ja, ich kann nicht. Ich hab nichts. Macht das Sinn? Ja. Oder erstmal erforschen? Hm. Ich versuch schon Sachen zu bekommen, zu erforschen. Ja, gute Seile brauch ich ganz viel. Ja, ein Seil rein und dann... Haben wir nicht mehr. So. Da. Warte. Nicht so! Du schmeißt alles raus! Ja, ich hab keinen Platz mehr im Winter. Nimm du mal. Okay. Okay, ich mach das mal. Ich brauch ne neue Angel. Erforschen. So. Weiße Blume. Kann zur Farbe verarbeitet werden. Ähm. Wollen wir ne... Hier gab's irgendeine Vorarztruhe oder so. Schleim. Oh, geil. Erforschen. Deines Lager. Oh, wir können jetzt... 2 Seile. Leere Flasche kann mit viel Wasser gefüllt werden. Hier, das... Gib mir mal 2 Seile rüber, bitte. Jo. Ich hab keine Ahnung, wie ich die 2 gebe, aber ich geb dir 4. Correct. Wie soll man sonst teilen? Ich hab keine Ahnung. Farbmühle. Wird benutzt, um Blumen in Farbe zu verwandeln. Arbeitet mit Wasserenergie. Okay. Nützlich beim Melken. Okay, machen wir auf. Sammelnetz. Reduziert Splitter in den Füßen. Teppich! Oh mein Gott. Äh. Nützlich gut. Oh, Mann ey. Seetang müssen wir auch bekriegen. Feder. Sie ist von einem Vogel. Ich glaub die Vögel, die Möwen können wir töten. Das könnten wir mal machen. Palmsam. Blaue Blume. Rote Blume. Ich hab rote Feinden. Gelber Samen. Hier ist ne Kiste für... ...Gedöns. Jo. Passt leider nicht so viel rein. Töte die Möwe! Am Döwe. Aber wir können ernten, nice. Töten? Lieber töten ey, das nächste Mal. Ich angel mal für uns. Ich brauch viel Food. Braucht frisches Wasser. Oh, ich verdruste. Ist nicht gut. Shit. Und verhungern tue ich auch. Ja, ich fang grad. Ich war hungerer auch im real life. Ich wusste auch immer, was ich weiß. So, die pack ich mal hier hin. Das ist, äh, diese Palme ist echt selten, ne? Ist ein Mangelding. Mangelware. Was ist Mangelware? Oh, Kacke, ey. Oh, ich hab richtig gesehen, wie er dich genommen hat, ey. Oh, Insel voraus. Oh, oh. Oh, hin paddeln. Es hält nicht mehr lange. Also ein paar Mal paddeln. Ich guck, ob ich noch nen Wurfanker bauen kann. Zwei Seile. Ah, drei Steine. Hast du drei Steine? Äh, ja, drei Steine hab ich. Oder du hältst es einfach hier und ich geh schnell rüber, hack das da ab. Ja, glaub ich nicht. Möwe, Möwe. Entschuldigung. Schade. Hi. Oh Gott. Alles greift uns an einfach. Ja. Kommt direkt drauf zu. Oh, hin paddeln. Hast du Steine, lieber? Doch, 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 hab ich. Ich, ich geb dir gleich sofort. Hier. Drei Stück. Hier. Oh, ausgeschaut. Okay, halt uns, halt uns hier, halt uns hier, halt uns hier. Oh. Halte uns, halt uns, halt uns. Ich muss Seile bauen. Ja, ja. So eine Seile gebaut und jetzt einen Wurfanker bauen. Zack. Achso, sieh, das perfekte Stelle. Oh, ich bin runtergefallen. Achso, hast du? Ich schmeiß aus. Ja, perfekt. Aus. Ich sammel mal hier auf dem Po, hier Sachen. Ja. Ja, cool. Ja, kakai, ey. Ich hol die Bäume runter. Hier sind sehr viele Sachen zu sammeln. Aber, kakai. Ich musste mal einen Köder bauen, eigentlich. Was bringt denn ein Köder eigentlich? Äh, du... Können die töten? Ne, du kannst dann diesen Hai ablenken. Achso. So, die Insel war nicht so ergiebig, tatsächlich. Äh, aber unterm Wasser sind das vieles. Wie, unter Wasser looten, ja? Ja. Okay. Aber der kakai greift uns immer an. Ach, mein Inventar ist schon wieder voll. Kannst du dich mit einer Hange ernten? Ja. Ja. Ich werde immer vom Hai angriffen. Ja, wir müssen irgendwie Ablenkungen und Köder bauen. Ja, komm mal auf die Insel kurz. Ja, 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 ja. Hier bei mir. Hier musst du looten. Wassermelone. Hab ich geerntet. Looten mal hier. Pflanze. Warte, hier sind ganz vieles. Ja, looten mal hier, dann kann ich hier weg. Wo, wo, wo? Achso. Ja. Du hast da, äh, du hinkst da oder was? Nee, ich hatte einfach keinen Inventar mehr. Keinen Platz. Achso. Hier ist alles... Da ist nichts. Ich hab looten. Schwarze Blume. Oh, hier ist echt viel. Doesnatmen. Sehr gut.